Servus, Sarkadio und ich. Wir sind wieder beim Händler und denken wir mal am Anfang dieser Folge holen wir uns in die Aufgabe. Und zwar würde ich sagen, wir müssen es beseitigen. Da ging es wichtig. Und danach, Entschuldigung, danach würde ich sagen, geh mal ein bisschen losen. Und dann wäre es auch ein bisschen los in die Stadt. Und dann finde ich es aber da draußen in dem Spiel. Und dann wäre es ein bisschen los. Und dann wäre es ein bisschen los. Und dann wäre es noch gar nicht. Aha, ich habe gerade ein Buch gehabt. Und dann schauen wir uns. Ja, hey, wie schlugge Bunz, wie geht's dir, mein Alter, hierherkommen? Nee, ich krapse mir auf die Füße, okay, da kann ich auch irgendwo sein, aber das ist egal, wir müssen mal wieder ein bisschen was in Bunze gut machen, dass wir irgendwann die Füße haben, um, 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 so, das ist mein Blitz. So, das ist aber gut, wenn es kommen die, das ist mir egal, dass, wenn du, wenn du, wenn du hierher bist. Ich weiß nicht, ob ich hier abruhieren kann. Aber kann auch noch mal gut. Also, wenn mein Bruder schon nicht, wenn ich meine Bruder schon nicht mehr drunter habe, dann geht es noch nicht. Ok, wir werden. Das ist gut. weil hier Wasser ausgegangen ist und die Uhr hat hier Wasser mehr. Hallo? Ja fein, Jakob. Der hat ihn so begrüßt, dass er wieder zusammen gebrochen ist. So lass mal kurz los. Und schnapp dir mal den Schaufen. Und ... Backpacker 1. Du sagst, dass mir mal nicht mehr ist. Na, langsam, Leo. Naja, wär ihm jetzt dramatisch zu gewonnen. Oh, Leo, kannst du mal gucken, ob du dann eine bessere Axt bei uns kennst. Auch wenn es nur eine bessere Steine ist. Ja. Je vielleicht mehr Schaden macht. Das wäre dann mal cool. Und da wird es noch kein Beispiel und her ist noch so. Ich war so, dass wir uns aus dem funksteilung haben. Und hier ist völlig klar. Und hier ist wieder eine Schadenfläche. Ich darf mich nicht gucken, dass wir uns wieder hier sind. Okay, das ist nicht so prägend. Es ist durchaus auch so, dass hier viel mehr Klebstoffen sind als früher. So. So Jungs, jetzt kommen wir nach oben. Und bitte alle in einer Reihe aufsehen. Mit den ultimativen Kopfschuss. Hallo, ist hier jemand? Hier, wo kommst du denn? Hier, wo kommst du denn? Hier, wo kommst du denn? Ich habe es auch noch nie erlebt, dass er im Knie sein Weihdau gestrickt. Normalerweise sind sie auch aufgestritten. Ich habe es auch noch nie erlebt. Ich habe es auch noch nie erlebt. Unnet Perfektum. Ups. Er weiß, was drüben ist er wieder, ist mir klar, aber im Moment, wo wir noch genulich die Geburtstagabend, was auch ein Fahrzeug, müsste so viel wie möglich in Punkten kriegen, dass ich dann so in vier, fünf Folgen der Fahrrad uns bestellen kann. Das war's gut. Das war's gut. Ich habe die Geburtstagabend, ich habe die Geburtstagabend, ich habe hier genug. Okay, das geht so raus. Ja, das war's gut. Ja, das war's gut. He, der Musiker begann mich sagen. Nummer 10, naja, erst mal in Pausen, ah, der geht hoch. Nummer 10, naja, erst mal in Pausen, ah, der geht hoch. Alles drüber kann man machen mit dem Kaffee, ah, da, und Kaffee, da. Nummer 10, naja, erst mal in Pausen, ah, da, und Kaffee, da, und Kaffee, da, und Kaffee. Nummer 10, naja, chưa, da, und Kaffee, da, und Kaffee, da, und Kaffee, da, und Kaffee. Was ist denn das so ganz schön? Ich bin ja schon mal. Was ist das so schön? Was ist das so schön? Ist hier nicht nachher jemand, weil ich es nicht eingestellt bin, ja, es begeistert. Das Papier können wir hier lassen, das brauchen wir nichts, das eingebündete Brut brauchen auch nichts im Moment. Okay. 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 Jetzt können wir mal das kaufen. Wow, vielleicht haben wir da ein extra neuer. Oder die Epo. Der wäre so cool. Ja, okay. Anyway, so cool. Yo. Okay. Jetzt muss ich sagen, wir sind nicht in unserer alte Saufel. Und wie machen wir da rein? Dann tun wir hier. Also, ich kann die Dinge auch hier lassen. Und sonst. Und sonst. Da ist das. Dann ist das. Und sonst. Und sonst kommt es. Ja, wir sind da müde drin. So, gehen wir nach oben. Woher ist die Leiter? Da ist sie hier drin. Ich glaube, wir müssen morgen abgeben. Und ich würde auch sagen, werden wir die Nacht. Okay, das war ungefähr. Das war ungefähr. Das war ungefähr. Okay. Okay. Hier waren die Mönchler. Den Weg zum Mönchler. Weil wir keinen schneiden. Also, wir singen uns erst kurz zum Mönchler. Jetzt lag also drauf. Und dann den Weg gehen wir zum Mönchler. Dann ist gleich. Wir haben es leider nicht geschafft. Mit der Überbelastung. Die Musikerie wird auch noch auffallen. Und dann gehen wir morgen gleich zum Mönchler. Und dann gehen wir morgen gleich zum Mönchler. Was ich auf Screening noch gemacht habe. Erst. Hier die Band. Ich habe das alles ausgerissen. Das ist alles fremd. Und dann. Ich habe dann auch. Erstmal. In den Copiestuhen. Nachgearbeitet. Das ist dann. Ähm. Ich weiß. Sag mal was ist. Wenn Zombies in der Nacht reinkommen. Nachbesuch zu bekommen. Ist halt nie gut. Nicht gut. So. Mest besser, boys. Mest besser, boys. You know. Jetzt. Ich bin klar. Besser wie in die Hose. Gekeppt. Bin gut bin. Muss sein. Ich habe das. Jebe mich nicht. Ich habe es. Nicht gut. Ich habe es. Wie ist alles. Ich habe es. Was ist jetzt. Ich werde es. Es ist ein bisschen. Ja, cool. Das ist cool. Das ist cool. Gut. Kann man nicht so aufmachen. Okay. Also gedacht, die Gänse kann man gar nicht machen. Sondern die Flaschen in den Frühzeitern. Da machen wir sie mal wertvoller. Da kann man auch probieren. Ich weiß, er bringt bei meinen Flaschen kaum was. Aber wir müssen dann wirklich gucken, dass wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Dann können wir auch mal ein Buch kaufen und so. Finde ich wichtig. Pretty late. Da kannst du auch mal rammulieren. Das bringt auch ein bisschen Geld. Dass wir uns zumindest drei oder so Danks leisten können. Dass wir dann das eigene Buch kaufen können. Die Kneipenschlägerei, dass sie noch da ist. Das ist alles. Das ist alles lieb so. Der Gekustel würde sagen. Braucht euch nicht einmal zu gucken. Ich hol euch wieder rein. wenn man beim Händler findet. Ich hab die Zeit ein bisschen gerutscht und hab ihn in den Saar aufgeräumt und jetzt gehen wir mal zum Händler, wenn du das geregnet hast. Aber es wird sich so ein bisschen. Ich überleg die ganze Zeit, ob ich zu der Tür auch ausreißen in Summa war und wo ich vorhin in Summa war und dass es erstmal dicht ist. Aber weiter nie. Der war mir ein bisschen so schnell älter, wenn er ein bisschen nicht hat. Deshalb hab ich den Essen nicht gesehen. Aber es ist nicht mehr genug. Und jetzt hab ich den Video gerade aufgeräumt. Naja. Ah, das war geiler. Die Sonne kommt raus, Jungs. Ich muss mir da irgendwie ein bisschen besorgenissen werden, dass die Feigen nicht so lange dauern. Und auch, dass es mehr drin ist. Vom Konsens. Also, wenn ich mich tun. Und wenn wir da kommen, dann muss es ein bisschen was ändern. Was do you need? I don't care what folks say about you in the wasteland. You're almost still too. You'll have it. 9mm. Ich glaub, wenn ich mal 9mm. Ich glaub, wenn ich mal 9mm. Es beginne nicht. Ich muss nur so kaufen. Natürlich mag ich nicht. Aber das kannst du haben. Das kannst du haben. Und 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 das kannst du haben. Ich sag mir mal bitte deinen Siebzugs. Wir können ja einen Bauplan kaufen. Jungs, kein Sorge tätig. Wenn ich alles verkaufe, ob der Fahrer zusammenkriegt, ich weiß, was es ist. Okay. In der neuen Folge da holen wir unser Fahrrad. Also wir gehen dann auf und gehen bis nach unten und da wir dann unser Fahrrad holen. Eventuell. Aber du wirst auch noch ein bisschen aufs Kiel machen, wenn das Besonderes ist, wo ihr euch betreibt. Und ich bereite sie davon. Dann sage ich es mal für die Folge. Lass mir einen Daumen nach oben da. Und auch ein Abo. Und in diesem Sinne. Uber. End. Out.